KOMPANY OF HEROES 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 Ich werde am Norden auch zurück. Zurückgedrängt. Ich ziehe mich mal zurück. Wie war denn das mit dem Bauen? Achso, da. Erstmal direkt einen Bunker bauen. So. Ah, ich brauche Hilfe, Alter. Ich brauche zu hart Hilfe. Du bist zu weit vorgestoßen, wa? Zähle deine Truppen zurück. Mit dem Rückzugsbefehl kannst du auch alternativ T drücken. Und formieren wir uns neu. Ah, das ist blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Tim, bring deine Soldaten mal ein bisschen in Deckung. Die stehen viel zu offen. Wir haben einen neuen Grenadier-Trupp. Ja, wie wär's? Geh doch weg. Blöder Heini. Ich unterstütze dich mal mit einem G. Das wäre super. Oh, hier habe ich noch Männer. Neue Einheiten bereit zum Einsatz. Der Feind erobert unser Gebiet. Alter, die haben mich voll hart fertig gemacht. So, ich... ...wird den Norden mal wieder einnehmen. Vor allem das wichtige Öldepot. Oh nein, da unten sind noch welche. Ja, ich verschiebe schon mal ein MG. Pioniere... Wir werden das einnehmen. Das ist unbesetztes Gebiet. Wir werden das ändern. Wir werden das ändern. Bereit! Ach, da ist auch eine Brücke. Okay. Wir haben das Ziel befreit. Ja, da musst du ein bisschen auf... Ja, das ist keine Brücke. Das ist eine Furt. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Da, wo die halt rüberkommen. Bauen wir ruhig den Bunker weiter da. Ich versuche, sie im Dorf ein bisschen weiter zurückzuwerfen. Ich schiebe auch meine MG-Stellung mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, da hin können wir. Pionier-Trupp! Rein da! Wir verlieren Männer! MG-Trupp! Innen formieren! Rücken vor! Mh, 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 mh. Yay! Rauch zur Verteidigung! Wir werden flankieren! Wer ist MW-52? Das ist gut. Das hält schon mal ziemlich viel auf. So. So. Äh. Kooperieren. Ich werde hier in der Mitte übelst, äh, angegriffen. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin hier, wo ist es denn? Da fehlt noch einer. Ich kriege nochmal zwei Grenadiere in deine Richtung. Das wäre nett. Wow, das ist Artillerie. Wir sind in der Armee. Wir sind in der Armee. Wir sind in der Armee. Bis zum jetzt, dass wir kommen. Sie sind zum Kästchen gekommen. Das sind wir siegeln. Einsatzverleihung. Das ist irgendwie noch nicht so. Pioniere. Okay, Pioniere, Pioniere. Wo sind die Pioniere? Da. Bauen. Das. Bauen. Ich liebe diese Waffe. Sie greifen an. Ey, alte Truppe. Wir haben ein Schreter. Was ist los? Wir werden das Gelände erobern. Sie Idioten. Ihr trefft, ihr könnt nicht. Was wollen Sie? Lauf, Genossen. Lauf. So. Zweite Gebäudereihe ist fertig. Dann werden wir die mal ein bisschen angreifen mit ein paar Panzerfahrzeugen. Ah, die Rücken sind schon wieder da. Direkt mal wieder einen Bunker bauen und noch einen Bunker, noch einen Bunker. Wir brauchen mehr Bunker. Immer mehr Bunker. Ne, ich will das Ding irgendwie weiterspinken haben. So, ist... Ach ne, scheiße, geht's doch nicht. So. Das ist gut. Wo sind meine Heini-Känster da? So, wollen wir nochmal gucken, wo der ist. Los geht's. Marschbefehle erhalten. Schnellwagen rückt aus. Angriff eingeleitet. Fall zerstört. So, ich nehme jetzt mal die letzten Territorien ein. Wir müssen doch hier... Ah, warte, jetzt machen wir eine Fioniere. Wir nehmen das ein. Die Unier in Bewegung. So, habe ich irgendwo noch Truppen hier? Ja. Wachsam sein, Männer. Das ist feindliches Territorium. Ja, das ist irgendwie... Das ist doch schon mal gut hier. Langsam haben wir sie zurückgedrängt. Ja, bis sie mit den Autos kommen. Ja, ich baue schon mal zwei Packs. Ich bin auch schon dabei. Ne, den Stacheldraht will ich weiter da hin haben. Machst du eigentlich sowas mit Stacheldraht? Ähm, ab und zu ja. Nicht unbedingt immer. Deine gelben Manikens kannst du ein bisschen weiter zurückziehen bei mir unten. Irgendwie ein bisschen ins Haus ziehen oder so. Wir haben da ja... Ja, ich wollte die erstmal nur da so lange aufhalten, bis du fertig bist. Also ich habe jetzt überall, auf jeden Fall bei allen Brücken hier unten, habe ich schon mal MGs positioniert. Das heißt, solange die nicht in den Fahrzeugen kommen, bin ich hier schon mal safe. Wie packst denn schon da? Die erste Puck ist da. So, jetzt haben wir den komplett quasi fast alle Sektoren abgenommen. Hm. Da. Ne, machen wir ja. Da. Brauchen Sie etwas? Was gut ist, ich kann die Rennheit doch noch gut... ...aufhalten am Fluss. So, ich gehe mal auf Stufe 2. Ähm... Ja, ich bin schon auf Stufe 3. Ja, hat halt ein bisschen gedauert bei mir. Ich musste halt ein bisschen kämpfen. Brauche ich das? So, noch mal pioniere. So. Äh, das ist auf jeden Fall wichtig. So, ähm... Ja, die Hainis. Können noch da Stacheldraht verlegen. Unser Bunker kann nun ein MG42 unterbringen. Marschbefehle erhalten. So. Den Arsch aufreißen hier. Auf jeden. Also, personentechnisch sind wir safe. Unten. Ja. Gut. Ich komme gleich nochmal hoch und unterstütze dich gleich nochmal oben. Mit deiner Brücke. Ja, da oben. Da machst du aber bitte kein Stacheldraht. Ne, ne. Oben können wir ja so eine Art Brückenkopf lassen. Ne, ich mache hier unten überall Stacheldraht, weil wenn wir hier unten einen Brückenkopf machen würden, dann kommen die relativ schnell zu den anderen Brücken auch hin, weißt du? Dann würden denen hinten in den Rücken fallen. Das ist kacke. Da oben haben wir schön viel Platz, um zu kämpfen. Ja. Gut, da habe ich eine Puck. Da habe ich eine Puck. Also, beide Brücken sind mit Pucks abgesichert. Abgesichert, ja. So, dann jetzt mal das dritte Gebäude bauen. Die anderen werden dann... Ah, die kommen wieder an. Schon mal ein bisschen... Ja, irgendwann müssen sie ja kommen. Ja, ja. Was ist denn das für ein Modus eigentlich? Das ist Auslöschung. Ach so. Also nicht Punkte einnehmen. Ne, ne. Ich zerschieße hier, das ist ein verdammtes... Oh fuck, die haben Mörser. Erstmal überfahren, sagst du? Ich muss es schaffen, den... Wo ist denn der Mörser? Ach da. Du schießt ja gar nicht auf den Mörser. Doch, klar. Ne, der Mörser ist halt da rechts. Von dem Typ. Ja, aber die Truppen sind aber noch hinten. Ich kann das nicht bestätigen. Okay. Feuer! Einstocklage! Mörser, Feuer! Hm. Das ist... Das ist serious. Fuck, jetzt habe ich... Die Highline-Verspecke schickt, die ich eigentlich noch haben wollte. Na, egal. Ah fuck, ich verliere mal einen Patzen. Ich kann mir noch ein bisschen trollen. Stukas bereit für... Zwei Feuer umfassen! So. Schickt mal eine Stuka-Bombe... Bombe über die rüber. Wir sind bereit! Komm, dich mal unterstützen, ja? Ja, alles gut soweit. Nicht so schlimm. Mit deinem Panther. Bereit! Kann man auch mal machen, ne? Kann man auch mal machen. Wie viel fehlt mir denn noch? Äh. Okay. Sprit, Leute. Wir brauchen Sprit. Ja, dann können wir die, ähm, Standard-Kommando-Posten mit Sprit, äh, verbessern. Ja. Das müssen wir... Habe ich hier noch irgendwo... Ach, da sind sie. Sprit. Kann ich da nicht bauen? Da kann ich's bauen. Das mache ich jetzt erstmal hier überall. Wo ich das kann. Jo. Und die bauen nochmal die letzte Hütte. Was habe ich denn hier? Mittlerer Panzer... Stug. Alles nicht so geil. So, ich will immer noch zwei Mörser an die Front beordern. Wo ist denn hier? Der Erweiter des Hauptquartiers bereit. Schwere Panzer sind jetzt... Ach, keine Manpower, ey. Kannst du deine, ähm, quasi obere Pack, also die zwischen meinem Panzer und deinem, deinem Tor, äh, deinem Bunker, da kannst du die da mal wegbringen? Ein Stückchen auf die Seite schieben, dass ich den Panzer da parken kann. Und steht ein Mörser-Trupp zum Einsatz bereit. Schluss mit dem Unsinn. Ja, klar. Okay. Schon auf dem Weg. Aber zumindest... Ein frischer Mörser-Trupp ist eingetroffen. So. Ja. So. Alles klar. Immer dieses, dieser Moment, wenn deine Mitbewohner in die WG kommen. Furchtbar. So. Och, scheiße. Scheiße, Scharfschützen. Ja, dann geh mit deinen Leuten ein bisschen in Deckung. Da ist ja ein Panzer. Und der wird jetzt noch verbessert. Äh, der Ding, der Scharfschütz ist schon wieder gehalten. Okay. Ich hab meine Pion, ich hab mein Panzer da mal ein bisschen verbessert. So. Das ist gut so. Das ist gut, ja. Muss man alles in einem G zurückziehen. Das wird sonst abgeschlachtet vom Scharfschützen. Stuka-Angriffsflug startbereit. Mögen sie direkt zur Hölle fahren. Achso, äh, den Sprit weiter Ding bauen. Ja, ja, genau. Den Sprit wollten wir noch weiter bauen. Shit, ich brauch mehr Sprit. Da. Oh, da unten wollte ein Fahrzeug durchkommen. Lol. Können die durch, können die durch kaputte Fahrzeuge durchfahren? Ja. Sind das eigentlich nur Texturen oder sind das objektiv? Also für Infantrie ist es Deckung und für, ähm, Fahrzeuge, die fahren eigentlich relativ einfach durch. Auch so Radfahrzeuge? Ja, die kommen da auch durch. Oder nur Kettenfahrzeuge? Die kommen da durch, ohne Probleme. Okay. Weil du siehst ja bei der mittleren Burke von heute. Ja. Die kommen da irgendwie durch. Das ist irgendwie doof. Ach, Quatsch. Ich glaube, wir brauchen mehr Bunker da. Ja, Bunker werden halt besser, weil die können nicht, ähm, rausgeschossen werden von, werden von Scharfschützen. Ich muss dann nämlich meine MG gerade zurückziehen. Das kommt aber gleich wieder. Was wollen Sie? So. Problem ist, ich kann da nicht ordentlich irgendwie das Zeug platzieren. Äh. Mein Gott, das fuckt mich richtig hart ab. Das mach mal da. Das hab ich da gebaut. Dann baue ich noch mehr Sprit hier. Also hier unten ist wirklich alles, Steph. Das ist doch gut. Fuck. Achso, da hab ich mir jetzt natürlich gerade selber ins Fleisch geschnitten. Ich hätte fast noch einen Panzer bauen können. Egal. Machen wir so. Kann ich gleich machen wieder. Also ich glaube, an den Panzer kommen die glaube ich nicht vorbei. An den Panther. Nicht so einfach. Nee, da müssen sie schon mit schweren Panzern oder Pax kommen. Oder halt Artillerie. Ja, die Pax, glaube ich, kommen aber nicht so weit. Auf jeden Fall. Guck mal, die sind so quasi instant schon fest down gehalten. Jetzt schießen meine Mörser gleich auch noch drauf. Also da wird's. Nicht mehr viel übrig bleiben. Und meine MG-Truppe ist auch schon unterwegs. So, hier hab ich noch Truppen. Können mal rauskommen. Boah, leck. Hast du? Gennadiere, bereit. Ich hoffe, dass es funktioniert. Mal gucken. Trifft er oder trifft er nicht? Das ist hier die Frage. Bisschen, ja. Will ich aber trotzdem hin. Ja, gut. Ja, okay. Alles klar. Da hab ich der Telamin noch hin platziert. Die haben wieder ein Mörser. Ich mach' hier mal Stacheldraht hin, ne? Die sind ja auf jeden Fall langsamer. Und viel größeres Ziel für unsere MG's. Die versuchen aber auch gar nicht unten durchzukommen, ne? Ein Fahrzeug war da erst. Vorhin waren da ein paar Peoples, aber... Ja, guck mal, das liegt auch direkt vor deren Lager. Ich schick mal ein paar Infanteristen rüber zur Opferung. Ja, dann lass ich hier die eine offen. Ja. Theoretisch müsste man da noch durchlaufen können. Ja, kommt man noch. Aber eben nicht zum... zum... Fahren. Das ist gut. Guck mal, das passt doch perfekt. Haben die Grenadier... Hat die... Haben die Grenadiere weggeballert. Voll gut. Und wir haben da Minen, das heißt, so schnell kommen die auch mit den fetten Panzern nicht zu uns. Oh, irgendwas war gerade bei mir. Oh, da ist ein Fahrzeug. Oh, wieder ein leichter Transporter. Oh. Ich weiß, was ich baue. Ich weiß, was ich baue. Ich hab's an seinem MG vorbeigeschafft. Ja, dann sterbt hier. Klingt fies, ist aber so. Oh, scheiße. Ah, nee, fast. Alles easy. Der hat's nicht mal geschafft, meinen Zaun da platt zu walzen. Wie schlecht sind die denn bitte? Billow. Billow. Ich hab mir immer noch keinen... Ach, ich schreib die ganze Zeit wieder Sachen aus. Tja, Tim, so ist das halt. Ah, egal. Wofür brauch ich noch... Wofür brauch ich noch einen Panther? Erstmal. Ich hab ja jetzt gleich noch eine dicke... ...die dicke Pack stehen. Das heißt, das stelle ich noch mal ein bisschen weiter hier rüber. Das heißt, unten die Durchgänge sind definitiv safe. Da geht gar nichts mehr. Oh, ich... Ich nerv die Gegner jetzt ein bisschen. Wir wollen befördern. Auf das MG. Ihr seid Pionier. Der Abwurf von Stuka unterwegs, um Luftangriff auf Feind zu fliegen. Stuka auf dem Weg zum Ziel. Und ein paar Streubomben werfen. Splitterbomben werden ihre Infanterie dezimieren. Und knack! Da ist mir ein Haufen Feinde weggemacht. So. Jetzt wird es langsam mal Zeit, die heftigen Geschütze hier rauszuholen. Ah, noch drei Punkte fehlen mir. Guck dir mal die kleine Insel da an. Warte. Gleich. Mit Schmerzabfällen dauernd. Ah, das war ein dickes Pack, ey. 88 Millimeter Pack. Baue ich jetzt gerade unten auch noch. Ist zur Hälfte fertig. Dann sind die Durchgänge definitiv undurchdringbar. Das ist doch gut. Also ich weiß nicht, welches Fahrzeug da durchkommt. Auf welcher Schwierigkeitsstufe sind die... Das ist noch leicht. Das ist noch leicht? Ja. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen einspielen, dass du wieder reinkommst. Ja, ich bin gerade ein bisschen langsam mit der Steuerung, aber sonst passt das. Ich bin ja auch für die Verteidigung zuständig. Ich muss nicht schnell sein. Ich muss nur ein Fels sein. Ich muss Peter sein. Peter heißt Fels. Ja, erstmal schön. Piezmied, ne? Ähm. Achso, ich könnte noch... Achso. So, meine Strategie, mein nächsten Minutenplan wird sein, einen Haufen Panzer zu bauen und den Feind heftig zu rushen. Ich werde ihn mit... Heftig zu rushen? Ja, ich werde ihn mit Mercerfeuer jetzt mal langsam eindecken und schon mal ihre vorgelackerten Stellungen eliminieren. Ich bin Level 9 jetzt. Ich bin schon Stufe 11. Ja gut, du hast aber auch mehr gefeitet am Anfang. Dadurch kriegt man ja Erfahrungspunkte. Panzer 4, wir haben ein NG-2, wir wechseln das Einsatzgebiet. Siehst du mit einem Grenadier? Ach, nee, doch. Ich schieße mit Mercer. Nee, doch, da. Ein Panther wurde uns vom Vaterland geschickt. Oh, das Vaterland ist so gnädig. Sie haben uns einen Panther geschickt. Ganz unten ist jetzt auch eine fette Pack. Sieht auch mega geil aus. So, weil der Bunker direkt so in diese Rundung reingeht von der Pack. Ja. Gehört so. Relativ cool. Relativ cool. Alter, fahr vorsichtig mit deinem komischen Panther. Jetzt ist ich da durchschlängel. Ja. Ist der mittlere Panzer 4 gut? Ist so eine relativ schlagkräftige Einheit. Nicht die stärkste, aber halt sehr vielseitig einsetzbar. Und kostet halt nicht so viel. Wie halt ein Panther. Ja, ich hole mir gleich jetzt einen Panther. Äh, 490 bräuchte ich da, glaube ich, für nackt. Ja. Ich hab 733 Sprit jetzt. Okay, das bleibt, äh, das ist... Fuck! Muss... Kann man Leute irgendwie auflösen? Ich glaube nicht, nein. Gut, dann schicke ich jetzt den Typ vor. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Ich brauch mehr... Ja, mir fehlt ein Punkt. Haben die da meinen Zaun angekratzt? Ne, haben sie nicht. Okay. Tut mir leid, Soldat. Guck, was da alles nachkommt. Den snack ich mir. Den snack ich mir. Alleine. Und zack, hast du was gesehen mit der Infanterie? Okay, äh, mein Manneken ist tot. Ja, tut mir leid. Der Krieg ist hart. Ich muss den Opfern für einen Panther. Panzer 4 fährt los. Panzer offensive rollt. Warte, 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 warte. Wenn ein Meiner da ist, dann kann ich auch noch mitkommen. Gut. Wird verschoben. Der reicht nicht zu 30 Rundenplan. Wird verschoben. Alles deine Schuld, Tim. Weiß. Siehst du das da unten, wie viele da liegen? Oh, Vorsicht. Die haben eine Feldaubitze hier. Wir müssen angreifen. Die werden uns sonst gehörig, ähm, wahrscheinlich den Hintern versohlen. Äh, zwei Drittel habe ich jetzt. Wo ist eine Feldaubitze? Wieso schießen wir nicht auf den Panzer? Habe ich irgendwas? Der hat den Zaun kaputt gefahren, der kleine Pisser. Okay, ist aber jetzt down. Sind deine Panther bald da? Yep. Vom Vaterland. Erstmal MG ausrüsten. Und... Abmarsch. Ich könnte noch einen Raketenwerfer bauen. Nice. Wofür brauchst du die? Um das mit einzudecken, oder was? Lass uns mal noch ein bisschen warten, und dann werde ich gleich einen Beschuss vorbereiten. Der sich gewaschen hat. Wir müssen jetzt angreifen, weil die machen uns jetzt fertig. Ne, lass doch noch mal warten. Ich muss noch einen Raketenwerfer bauen. Ja, anscheinend sind die zu nubig, das Ding einzusetzen. Was wollen die denn damit machen? Ah, guck mal, die greifen nicht unten mit der Haubitze an, Tim. Und wieso greift die hier nicht an? Weil die nicht richtig im Feuerrad sind. Die mussten drehen. So eine selbstfahrla. Ich glaub, wir sollten zurückziehen. Du musst schon ein bisschen deine Verteidigungslinie um den Blick halten. Ich war gerade mit meinem Panzern und dem Gange. Da sind meine Typis. Dann sollte ich... Warte, habe ich noch Leute frei? Ein. Das heißt, ich kann mir aber keinen Sniper bauen. Der braucht neun Leute. Okay, ähm... Ich muss ein paar Leute opfern. Die Grenadiere. Okay, mein Stuka-Bombardement ist auch wieder fertig. Sag mal, Jan. Wir werden hart zuschlagen. Ja, wenn meine Leute doch da sind, werde ich doch angreifen. Mit einer schönen... Hörst du das, Tim? Ja. Das war mein Angriff. Soll ich dir was zeigen? Stuka startet mit dem Angriff auf den Feind. Stuka mit Splitterbombe im Anflug. Ja. Stuka mit Splitterbombe im Anflug. So ein Geier ist das? Eisenbahngeschütze, oder was war das? YOLO. Das war ein Eisenbahngeschütz, ja. Alter, dieses Eisenbahngeschütz ist so OP, ey. Weil es trifft. Ja. So, und ich organisiere mir jetzt noch ein paar Sniper. Und zwar einen. Also willst du noch ein bisschen warten? Ähm, ich will den Sniper auf der anderen Seite von dem Fluss positionieren und unsichtbar werden lassen. Der soll nicht angreifen. Aber dann kann ich weiter schießen, weißt du? Weil ich sie seitdem sehen kann. Die werden viel zu schnell unsichtbar. Und deswegen konnte ich die Haubitze nicht zerstören, die da vorhin waren. Weil die rausgefahren ist aus meiner Sicht. Der von Splitterbomben kann jetzt jederzeit durchgeführt werden. Aber theoretisch, meine Panzer sind einsatzbereit. Ja, meine auch. Und das Ge... Der unten... Okay. Panzerleiferte... Äh, meine Raketenwerferleiferte nochmal den Feind weichklopfen. Bam, 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 bam. Panzer hier. Ist irgendwas? Und ich rück jetzt vor. Panzer 4 wechselt Einsatzgebiet. Schluss mit dem Scheiß. Los. Die tanzen mir zu blöd auf der Nase rum. Werden angegriffen. Party. Die haben da einen Pack. Ja, nicht so schlimm. Ja. Ja. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Jawohl. Pass auf, da kommt ein Eisbaengeschütz runter. Da kommt von uns hier weg, verdammt. Jawohl, schön das Haus getroffen. Feind ausgeschaltet. Das ist regnen. Das ist heftig, Mann. Das ist heftig. Das ist heftig, Mann. Das ist heftig, Mann. Ja, angesehen. Ja, ich kenne das Bild. Das ist ziemlich krank. Das sieht so heftig aus. Okay, nochmal Eisenbahngeschütz, da. Komm, einmal muss die Fond noch kommen, weil der Sound zu geil ist. Weil es so geil ist, einfach. Oh, nochmal. Ah, das war zweit links. Oh, geil. Was fehlt denn jetzt noch? Das Gebäude da hinten. Ach so, es ist noch nicht zerstört. Jetzt ist es zerstört. Jetzt müsste die Runde zu Ende sein. Ja. Yep. Leutnant der Kopfstops. Ja. Der Sieg für uns. Oh. Das würde ich mal sagen, war doch sehr erfolgreich, wenn auch ein bisschen einfach. Nächstes Mal wird es nicht so leicht. Da werden wir die... Macht man da ein Medium, oder? Dann kommt ein normaler Bot und es wird vielleicht auch ein bisschen interessanter. Mal sehen. Ja. Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und leistet euren Dienst unten in den Kommentaren auf dem Abo-Button. Smashen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.